Stellen Sie sich einen Ort am Ende der Welt vor. Stellen Sie sich ein kleines Paradies mit unglaublichen Landschaften vor. Stellen Sie sich vor, die ganze Welt würde Ihnen gehören. Stell Dir nun die Menschen vor. Menschen mit großen Herzen und offenen Armen. Chile ist wie seine Menschen. Chile ist wie seine Landschaften. Chile ist einladende Natur. Chile ist wie die